Um vielleicht an diesen besonderen Tag zu erinnern. Klar, Holz wäre jetzt biologisch abbaubar, das heißt also, wenn Sie nicht gerade irgendwo in einer Schule stehen bleiben, die Stücke, dann könnten Sie sie auch einfach hoch vor die Tür stellen. Dann, Gerd, jetzt habe ich nicht ganz aufgepasst, heute kommt jetzt noch was. Dann, die Böbelmacher, dann der Herrig, oder? Wie so viel. Dann, der Oliver Mayer-Täter. Nein, Meisterin. Danke. Danke. Applaus Es ist auch eine kleine Finanzspritze dabei. 150 Euro noch obendrauf und erst der Preis des ganzen Segler-Sagsts. Kraft eines Amtes als Obermeister der Steinebindung Nürnberger Land spreche ich euch von der Lehre frei und erhebe euch in den Gesellschaft. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.